In Bad Urach ist heute das Haus des Tourismus eröffnet worden. In den vergangenen eineinhalb Jahren hatte die Stadt das ehemalige Postgebäude von Grund auf saniert. Der Umbau kostete insgesamt drei Millionen Euro. Im Gebäude befindet sich eine Touristinformationsstelle sowie Ausstellungsflächen zu Biosphärengebiet und Geopark. Die neue Entdeckerwelt soll vor allem Familien mit Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren ansprechen. Eine wichtige Rolle spielen Tablets, die Kinder ausleihen können. Mit Hilfe von QR-Codes kommen sie an Informationen und Aufgaben und können so auf Entdeckungstour gehen.